Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenobl Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenobl Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir bei Kolonie 5, der zerstörten Kolonie, gegen einen weiteren Konsul gekämpft. Und die Troller, die mir da über den Weg lief, die mochte ich überhaupt nicht und unsere Kameraden ja auch nicht. Ich hatte dem letzten Mal ein bisschen was geändert, man sieht es auch ein bisschen an den Charakteren. Ich habe mal unter Kleidung allen Charakteren die Kleidung gegeben, die sie eigentlich auch normalerweise in den Sequenzen tragen. Einfach nur damit da keine Verwirrung mehr so wirklich entstehen kann. Also sie tragen jetzt die Kleidung, die sie eigentlich auch normalerweise tragen sollten. Das habe ich jetzt eingestellt. Und ich habe ein bisschen bei den Klassen umgestellt. Also bei Noah zum Beispiel bin ich auf den Nopon-Hüter jetzt. Juni ist Frontkämpfer. Lance ist gerade Heilschütze. Und Sender macht gerade den Schutzkommandeur zusammen mit Sion. Und ja, ich habe auf der Karte gesehen, zum einen, dass hier direkt nochmal eine Heldenmission ist, aber auch, dass hier verdammt viele Nebenquesten sind. Und ich finde, wir sollten uns hier mit den Nebenquesten eventuell erstmal beschäftigen, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Angefangen mit der Quest, die hier direkt vor unser Narzis ist. Oh, mein, oh, mein. Wenn du wiederholfen würdest, würde ich mehr als möglich sein, um mich zu beurteilen. Verstehst du, was ich zu beurteilen? Ich bin kein Position zu entscheiden, Frau. In jedem Fall, ich bin Angst, dass du es mit den Äldern musst. Oh, ich empfehle deine Obedienung. Danke, das wird alles. Oh, was ein Blanket. Und hier war ich so rarig, um zu gehen. Ich fühle mich als ein Mädchen, aus dem Wegseite, um das Geschäft zu machen. Mal sehen, wie kann ich das kleine Arrangement der Moni-Dearest machen? Also, das nehme ich sogar zumindest so dem Bild, was ich am Anfang bei den DLCs gesehen habe. Grey, was machst du hier? Ich bin ein Blanket. Hallo. Sie sind nicht ... Sie sind vielleicht ein Business außerhalb der Stadt? Und wenn das, kann es mich mitnehmen, um mich mit dir zu nehmen? Das kam aus keinem. Wer sogar bist du? Du bist nicht. Das ist Frau... Ah! Wo sind meine Manners? Bitte verabschiede ich meine Unbekannten. Es ist einfach so, dass ich etwas in einem Moment bin. Masha. Ich bin froh, dass du mit deinem Freund bist. Hi, Masha. Wir... Oh, ich weiß voll gut, wer du bist. Du bist eine gewisse Werte hier, meine Damen und Herren. Du wärst schwer zu finden, jemanden in der Stadt, der nicht kennt dich. Du sagst, dass du dich mit uns unterstützt hast. Warum? Du sagst, du bist ein wunderschön. Es ist nichts von Schmerz, ich versuche dir. Ich habe nur ein paar persönliche Worte in der Faunis-Region. Die Eegis-Wildernis, um genau zu sagen. Es kann dich überraschieren, aber ich habe ein Modicum von Skill in der Krieg, über die von der normalen Arbeitgeber. Es wäre nicht die erste Mal, dass ich die Stadt verlassen habe. In Wahrheit, ich bin recht gut zu arbeiten. Aber es scheint, dass ich etwas skeptisch bin. Ich liebe mich. Pulle die andere. Du kannst du kämpfen! Ihr Attire sicherlich nicht verabschiedet hat. Es ist nur so weit aus den Militär-Fatigungen, wie du kannst, ohne zu fallen auf den Schein des Welt. Ja, ja, ich verstehe das viel. Aber ich glaube, dass mein Faschen-Wildernis nicht verabschiedet ist. Nur wenn man die Schönheit verabschiedet hat, mit jeder Worte, ist es, dass man die Wahrheit verabschiedet hat, dass man die Wahrheit verabschiedet hat. Uh, sicher. Eegis-Wildernis, huh? Wir vielleicht nicht gehen da für einen Moment. Ist das okay? Nein. Kein Problem. Ich bin sicher, dass du deine eigenen Worte verabschiedet hast. Ich hoffe, dass du mit mir schütztest, als ein interessiertes und interessiertes Repräsentativ der Stadt. Ach so, wie du siehst, ich hätte nicht gefunden, mehr excepteren Böden. Du hast jetzt keine Qualm-Wildernis, ich hoffe. Ah. Gib Moni, dearest, meine Regards, won't you? Sehr gut. All right, Leute. Was sagen wir, dass wir eine Bewegung haben? Time waits für keine Konyashentie. Ja, okay. Keep your air on. Well, guess you will, für eine Zeit, Masha. Don't worry. Du bist in gutheuer. Das riecht doch noch ein Ärger. We should make ingress from the Zems Crossway side. Doch mal, Gray, was machst du hier? If we head into the Wilderness, we best do it from here. Gray? Irgendwann haben wir eine Heldenmission hier mit ihm. Ich, äh, ich rieche es. Na gut, dann komme ich mal in Speed zurück. So. Da habt ihr wieder mein Antlitz. Äh, kümmern wir uns erstmal weiter um die Nebenquesten hier. Aber mich würde schon interessieren, was die, äh, Dame kann. Sie ist ein Healer. Techniken. Okay. Sie kämpft mit Chakrams. Sie kämpft mit Chakrams. Was sind ihre anderen beiden Fähigkeiten? Uh, ein sehr starker Debuff. Ah, und das verstärkt das Aufladen. Also, sie ist eine sehr starke Unterstützerin. Na gut, das hier macht das ja auch, ne? Oder? Ich würde mal, äh, das hier anstatt den Silber bevorzugen, wenn ich da den Text lese. Eine Heilung drin zu haben ist immer wichtig. Jetzt müsste ich eigentlich, äh, irgendeinen Healer austauschen, weil ich bräuchte schon einen Angreifer. Aber, spielen wir halt mal vorübergehend mit rein. So. Wie kümmern wir uns um Nebenquesten? Wie kümmern wir uns um Nebenquesten? Die wir uns abhören können. Also, wir haben hier einige Questen auf jeden Fall. Ihr kennt ja meine, äh, Devise bei diesem Spiel. Nebenquesten werden bevorzugt. Er wirkt bedrückt. Wie kümmern wir uns um mitad. Wie kümmern wir uns umgelegt! Und jetzt ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Er wirkte sehr begeistert Okay, dann folgen wir dem Kerl mal Du kannst ein bisschen schneller laufen, Kollege Ich weiß, du bist alt Du bist schon Opa Aber selbst die Dame mit dem schicken Vogel retten schneller als du Ich weiß, du bist alt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Masha. Lapidurist extraordinaire at your humble service. Lapidur-what now? A lapidurist extraordinaire, my dear. An artisan of the crafts, if you will, in drab layman's terms. I specialize in gem processing and precious metalwork, mainly. But I also dabble in many other types of ornamentation. Huh. Sounds like you keep busy. Ah. Could I trouble you for a bigger reaction? Uh, you're the fabled Lapidurist extraordinaire, or how inspirational would fit well in this conversational beat? If anything, I'm surprised you had time to learn to fight like you do. On top of all your other hobbies, I'd say. Oh, I hadn't considered that possibility. Thank you for your honest opinion. These crafts you're talking about. You can make something from that stone. I can, and I shall. Let's see. Judging by the quality of this stone, it might make for a fanciful ring. Normally, it's my policy not to show my methods to the general public. But I'll make an exception this time. Just for you. Now watch, as the city's lorded, lapidurist extraordinaire flaunts her artisanal prowess. Mascha kann an Rastpunkten Enigmaterie verwenden, um Ausrüstung herzustellen. Enigmaterie hältst du bei den Helferlein in der Städte der Tapferen. Hergestellte Ausrüstung gilt erstens, der Sondereffekt wird zufällig zugeteilt. Die Art der Ausrüstung beeinflusst mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Effekte auftreten. Also ich kann jetzt Ausrüstung herstellen. Ich bin peckig. Haben wir noch Snacks? Okay. Mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Teiliger, Angreifer oder Heiler zugeschnitten. Machen wir mal für Heiler. Ach, ich muss für Angreifer. Das müsste es tun. Okay. Okay. Die hergestellte Ausrüstung verfügt über einen Altenrang, der bis zum Altenrang 5, also die Römische 5, gesteigert werden kann. Für diese Verbesserung wird ebenfalls unter anderem Enigmaterie benötigt. Steigerst du den Altenrang in des hergestellten Ausrüstungsteils, werden dadurch seinen Sondereffekt verstärkt und die Grundwertesteuerung aktiviert. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Okay, eher zum Verbessern. Wahrscheinlich auch nicht so viel zu kosten. War es nicht vorher 150? Jetzt sind es noch einmal 275%. Ist ja krass. Du kannst maximal 300 Ausrüstungsteile herstellen. Diese können nicht verkauft werden, aber du kannst hergestellte Ausrüstung, die du dich brauchst, auch zerlegen. Und zerlegen erhältst du einige Materialien zurück, die bei der Herstellung und Verbesserung verbraucht wurden. Aber sei vorsichtig, denn zerlegte Ausrüstung ist für immer verloren. Verpasst deine Gruppe Ausrüstungen, die genau auf ihre Bedürfnisse ausgelegt sind, indem du Ausrüstung mit zusätzlichen Effekten verbesserst und passende Ausrüstung zerlegst. Klingt doch mega praktisch. Haha, beautifully done, if I do say so myself. Durable and easy to refine. I made the right call, picking that stone for an accessory. Mio? I'd like to impart this ring to you. Huh? Are you sure? Nevermore. Take it and keep it to commemorate our meeting. Wait, didn't you go searching for that stone because you wanted the ring? They do say that curiosity and danger are two trunks of the same tree. What you ought to know about me is that I live as I please. That's really all there is to it. I'm surprised. That's not the kind of mentality I'd have expected from one of the city folk. Yes, you'd think that, wouldn't you? But having different thoughts and beliefs, that's what makes us human. Just as the people of House Vandam march on Mobius waving the banner of war, so do you have House Doyle who stay back, putting the city's preservation above all else. But that's not to say everyone who chooses pacifism thinks the way a Doyle might. Myself, for instance. But aren't we supposed to all be working together to defeat Mobius? Yes, I acknowledge that truth as well. It's a thorny question, to be sure. But be that as it may, I simply cannot in good conscience abandon my principles. Even straying from the soldier's path, how could I deride anyone who seeks meaning in life, who strives for an enlightened future? The city today is a melting pot, one great messy confluence of thoughts. But I'm of the belief that one day they will all meld together to create sweet, perfect harmony. Much like the stone that we discovered. incidentally, and I'm sorry to change the subject, I think I've taken quite a liking to you all. And on that note, I have a suggestion. What would you say to entering into an exclusive contract with moi? huh? Contract for what? It would grant you the right to receive my premium services as a lapidarist extraordinaire, expressly and expeditiously. Clearer now? And that applies to you, especially. M-me? You have the makings of a model, Mio. Such qualities are rare to come by. You are a diamond in the rough, my dear. I can see it now. You'll be a future trend setter. Thanks, I guess. Oh, but I wouldn't dream of forcing you. That would go against my principles. All right, my dears, might I have an answer? Yeah, okay. I wouldn't mind that. What's everyone else think? I don't see why not. Sounds like a good offer to me. You're to make gear for us, yeah? Can't say no to that. No objections for me. Nor me. And you evidently know how to handle yourself. Yeah, I want a ring just like Mimi's. Splendid. Then it's a done deal. Oh, one more thing. I'll have to ask you to procure the necessary materials for my work. And of course, I'll have to ask you to reimburse me for the labor as well. What? Oh, come on. You're going to charge us? Some generosity that is. On the contrary, I'd be more wary of anyone who offers their services for free. And besides, I pride myself on my skills as a lapidarist extraordinaire. Rest assured that any articles you request will be delivered to the highest possible standard satisfaction guaranteed also als Kunde würde ich ein kleines bisschen veralbert vorkommen ich muss das Zeug hinbringen und ich muss trotzdem dafür bezahlen für diesen Exklusiv Vertrag klang erstmal so als ob die uns einen Rabatt anbietet naja neuer Held ne und ja Mio wäre wirklich für ein Model geboren sie ist wunderschön und süß na gut Leute ne ich würde sagen wir machen hier jetzt für heute Schluss haben einen neuen Helden gewonnen das ist doch was wert ich hoffe ihr hattet alle Spaß beim Zusehen wenn ja könnt ihr den Drill ein Abo und Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder Ciao Leute bis dann